hallo willkommen in den sitz-walk-wettschatz vom 5.12. bis zum 11.12.22 auf dem ersten platz ist pokémon 9 mark archite laks auf dem zweiten platz ist das pokémon purpur auf dem dritten platz ist pokémon karmicin auf dem vierten platz ist 4.23 auf dem fünften platz ist disneydream valley auf dem sechsten platz ist nintendo switchboards auf dem siebten platz ist green hills auf dem achten platz ist super mario barters arcade auf dem neunten platz ist super mario odyssey auf dem zehnten platz ist charleston 23 edition exklusiver download auf dem ersten platz ist disneydream valley auf dem sechsten platz ist super mario barters arcade 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 was ist das für ein spiel ehrlich mann also am dritten platz ist arcade rief ist super mario barters auf dem vierten platz ist schießen leiter auf dem fünften platz ist cooking simulator auf dem nächsten platz ist der last campfire auf dem siebten platz ist cooking tycoons auf dem achten platz ist pit auf dem neunten platz ist blazing beaks und auf dem zehnten platz ist goat simulator der goatee das waren die switchboard charts vom fünften zwölften bis zum elften zwölften ich danke für's zu sehen und bis zum nächsten mal tschüss geht's mit Vielen Dank.